Ein Haul-Video. Das ist ein Haul von den Drogerie-Produkten, die ich in den letzten zwölf Monaten gekauft habe. Aber da haben wir zum einen nichts und zum anderen nichts und das war's auch schon. Also wir haben sehr viel Geld dafür ausgegeben, für sowas. Das soll jetzt kein kritisches Video werden oder sowas, sondern einfach nur die Information, dass sich das alles durch eine naturnahe Ernährung von alleine löst. Also die meisten oder eigentlich alle Drogerie-Produkte kann man eigentlich vergessen, braucht man nicht. Man riecht irgendwann nicht mehr, wenn man naturbelassen isst, hat man auch keinen Zahnbelag. Man braucht sich höchstens mechanisch die Zähne reinigen. Man braucht kein wirkliches Haarwaschmittel. Zur Not kann man Natron nehmen plus Wasser. Und sonst braucht man eigentlich auch keine Pflegeprodukte. Nicht, dass ich wüsste. Ja, das war der kurze Haul. Bis zum nächsten Video. Ciao.